Auf halbem Weg zwischen Hamburg und Berlin heißt sie unsere alte Schule Mankmus herzlich willkommen. Besuchen Sie unser kleines Landgasthaus in der Prignitz, idyllisch gelegen in der Gemeinde Karstädt. Die beliebte Ausflugsadresse für Touristen und Einheimische, ein umgebaute Schulgebäude ist auch kulinarisch interessant und bietet den Souvenirliebhabern aller Hand. Shoppen Sie nach Herzenslust zum Beispiel Spezialitäten aus der Prignitz und Prignitzer Kunsthandwerk in unserem Café-Shop und genießen Sie Ausflüge in die schöne Region. Das Biosphärenreservat brandenburgisches Elbtal-Aue hat viel zu bieten. Neben selbstgemachten Köstlichkeiten in unserem Café-Bistro haben Sie in dem kleinen Landgasthaus die Möglichkeit, die Prignitz ein paar Tage lang zu entdecken. Verbringen Sie in unserer Ferienwohnung eine erlebnisreiche Zeit und bleiben Sie eine Weile bei uns. Übernachten Sie in den warmen Sommermonaten unter freiem Himmel in unserem Pavillon, auf einem unserer Naturstellplätze mit Ihrem Wohnmobil oder schlafen Sie in dem kleinsten Ferienhaus in der Prignitz. Ende 2014 wurde jeder Bereich unserer alten Schule umfangreich saniert. Heute bieten wir unseren Gästen tolle Angebote und Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Freilufttheater und würden uns auch über Ihren Besuch freuen. Die schönen Seiten der Prignitz erleben in der alten Schule Mankmus.